Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Heroes of Storm Dann halt ohne 3 Ne wir sind heute nur zu zweit Wir sind heute nicht zu dritt Ich dachte wir zählen vorher noch runter Am Ende des Jahres ist man halt alleine Ist so Wir sind die letzte Bastion Ich hole mal mein Handy damit ich weiß wie lange das jetzt dauert Wieso ist das wichtig? Willst du gucken wie lange der Loading Screen ist? Ne vielleicht habe ich eine Nachricht bekommen Ja oder die anderen haben Holz WLAN Ja man oder einfach die Weißt du was haben die keinen besten Prozesse Auf dem Markt drin ne? Ja eben Das haben die keinen NASA Computer Ist so alter Super Hyper NASA Computer Junge Am wenigsten haben wir einen Murky Ja Murky Murky ist der Shit Wollen wir die Gerechtigkeit walten lassen? Wir beide gehen schon mal Bot Ne lass mal nicht Bot gehen die ersten beiden kommen ja oben Wollen wir die Gerechtigkeit walten lassen? Ja man Vor allem das hat er bei mir grad auch irgendwie so gesagt Ja Darum sag ich das ja auch Jetzt nur auf Englisch gesagt glaube ich mal Ja An excellent choice Okay eine exzellente Wahl ist es bestimmt nicht mit Murky zu spielen Ich würde den hier anpingen Aber das bringt nichts Weil das hört man eh nicht außerhalb vom Game Okay ich ping den an Der macht nix Oh fuck Was geht denn da ab? Oh fuck ich bin ja gar nicht Athanis Ich sollte nicht reinlaufen Oh ich habe lange nicht mehr gespielt Schon zwei Tage Oha Okay Okay Die haben gewonnen Ja Ich probier Ei Joa Die Sache ist wir haben healer Aber die haben Vision Shit alter Wart poles mit dem Deadpool És ja das ist er noch gar nicht Das ist es nicht Aber die haben nur D люд oh kacke ja ich hole die wüschen dafür wortel verreckt unser halbes team ist absolut word weg hier weg hier oh shit kann mich noch einmal selber heilen ah das war gut also es war eigentlich ganz what the fuck was geht denn bei der ab todeswünsche als op in meinen mundi und gar keine bodyblock darum hat meine kuh nicht getroffen alter ok unser anubarak hat es jetzt nicht so mit den skillshots aber er hat den skill die fresse warum sind so viele top lane er war die ersten beiden schreien lol danke ich habe jetzt in 40 sekunden wieder schreien ich wollte neben eine mutter ja ich bin aber jetzt oben ja genau ich muss eben den healing block holen healing block bitte verschwinde nicht oh mein gott alter ok muss back oh fuck ich kann meine korrekte sache du könntest jetzt auch weiter angehalten können aber ich habe angst vor dem da ja jetzt ist anubarak da geh mal kurz mitte ja ja wo wieder die letzten schüsse eben zu snacken vor allem da steht aber gar keiner naja murky war ja gerade da aber musste weg ne ne der hat jainer gekillt aber der hat tot ok chillig wir haben oben die letzten ja korrekt wir haben oben auch alle oh wir kriegen glaube ich die rent tot ja rent ist tot 500 erfahrung am anfang ist es ja wirklich zu wenig wir führen aber ja locker easy locken locken alles victor die damit stimmt richtung stimmt die richtung die ist halt einmal die richtige soll hier ja dann immer mein schild ok murky dieses schild zu geben ist übersinnlos ich glaube nicht ich glaube murky ist schon eine effektive war ja vor allem 15 prozent von max leben murky in den schild zu geben das scheint richtig sinnvoll zu sein ja aber 25 prozent movement speed auf murky ist schon geil ok ich brauche auf jeden fall mehr region blobs weil sonst bist du o m m o o m ohne massives mana ja richtig das exakt das kennst du warte mit dem warte mit dem mana block dinge ohne das massive mana ich glaube so schnell ich kann nein ist echt langsam das waren die minions weiß aber das heißt ja trotzdem meins warum machen die vision fight warum ist lunara so zentral gelegen im zentralgebirge ja fragt da frage ich mich gerade bei dir auch in auch zentral gelegen in eurasien warum kommt ihr jetzt auf mich ich will nicht weil wir nicht jetzt so zentral gelegen auch zentral gelegen doch scheiße jetzt jetzt bin ich wenigstens tot jetzt kann ich alle heilen ist das nicht super ja ein ja ja der der eh nicht mehr da war ich glaube wir wurden gerade zentral zerlegt ich glaube auch ja weiß gar nicht ob ich soll ich soll ich jolo uta spielen nein du spielst nicht jolo uta oder was wäre denn jolo uta jetzt für dich 33 actives und mit drei fg ist überhaupt nicht klar sind für mich zu viele knöpfe ja gut bei dir ist es ja schon zu viel wenn du nur einen knopf drücken muss ja eine aktive schrift für zu viel für mich spiel jolo uta ich habe irgendwie in einem game mit uta mal läutern genommen ich habe keinen mal läutern benutzt hat sich gelohnt oh den islo fuck er ist tot er ist von uns gestorben ich uta ok ich habe leider keine e-mail raus bekommen egal wir haben auf jeden fall 3 zu 2 und wir haben den punkt ja und unser murky lebt ja das ist priority hier ich habe mich zu schnell zerlegt für meine paar schief ja wir sollten auch vielleicht nicht mehr diablo angreifen ja stimmt alter der badscher gibt er als ja ja es tut jawoll 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 ja ok wir sind zuerst der wird sehen ich brauche echt ein paar mehr marksman stacks wäre schon hilfreich ehrlich 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 ganz ehrlich ob es mit zwar nicht aber stimmt ehrlich ja wo was gehen jetzt ehrlich 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 nein du brauchst nicht mehr ich kann nicht mal ulti ich kann nicht mal alter drücken oh nein nicht das alter ja das ist naja unser murky eye das war jetzt auch nicht optimal positioniert zweifelst du etwa an ihm nein ach zwei von uns sind gestorben ja ja ich wollte etwa wieder so zentral gelegen ja man das zentral massiv das ist echt schlimm kommen wir übrigens wieder runter jo vielleicht kriegst du ja noch den healing block stimmt das wäre übergeil dann hätte ich fünf boah alter ich weiß doch in dem einen game wo ich irgendwie nach der zeit schon fast 30 hatte ist ja mau scheiße eh ja den haben wir flawless victory boah das war die sinn das war der sinnloseste kokon aller zeiten was das so sind ich hau den aber direkt zurück oder ich hau die weg der ist wahrscheinlich eh direkt wieder am leben ne doch nicht ne weißt du auch nicht was er geskillt hat ach ok könnte man auch schon aber will ich nicht nice geh mal runter mach dir mal oben ach du gehst runter ok ja alleine ah ne äh ja 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 da bin ich grad sind los stehen geblieben ok ich hab meine passiv grad nicht erst wieder in drei sekunden oh aber gleich haben wir wieder level vorsprung und talent vorsprung wenn wir noch ein bisschen erfahrung kriegen oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck triple kill ja wir haben ich hab noch die jayna tot bekommen oh tot ja ok jetzt ist butcher mit ulti auf mich herangestürmt und die sind gut oder oha der anubarak lebt noch der hat den butcher eingesperrt in kokon ok jetzt kannst du vielleicht noch oben vielleicht welche kriegen oben sind noch ähm ja ich krieg viele Schüsse übrig und da sind nur zwei Leute ja aber die werden wahrscheinlich jetzt alle hoch gehen die sind ja jetzt wieder am Leben ok ich mach jetzt mal keinen Yolo-Router ja außerdem haltet er sich ja gleich an dir hoch ha 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 ich bin tatsächlich sehr low on Manner ich glaub Diablo kriegt ja auch nicht so schnell tot ja 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 ne ne ich mein umdrehen jetzt glaub ich ich hab aktuell leider kein Mana für meine Ultime nein nice jetzt bricht das ab ich hab nicht so viel Mana warum hast du so wenig Blobs ich hab jetzt fast 10 boah nach 10 Minuten das ist echt traurig ja also du hast jetzt 10 ja das Problem ist wir können halt eigentlich gar nicht so richtig Team falten weil der ähm murky gut mit Octograb kann er halt was machen aber wir sind dadurch zwei Level vorne ne ja ist ja schon ganz praktisch halt nicht optimal aber die optimal ist ja auch ok ja ja ähm aber ich mach ja mal das Camp soll ich vier Actors ne nein ich glaub damit kommst du auch nicht mehr klar oder ne ich glaube nicht blick grad auf welche wie Fick die Fick die Fick die Fick die Fick die Fick die au ich brauch den Heel im Dorf komm gar nicht in die ran ich hab die Stun können aber ne hast du den Stun auf der Q ja sehr gut ok da wird es auf jeden Fall gleich einen harten Fight geben oh ja und jetzt sind auch alle am leben aber wir haben talent lied ja stimmt die rausgehauen ich probiere zu kommen die fokus mich alles das schäbig oh danke das war ganz schön knapp aua 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 okay du bist tut dachte ja oder auch nicht nein 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 ich lebe doch komm her komm her ich bin raus ich bin raus nein Junge. Ja, egal. Hab ich nur zwei Sex auf dich draufbekommen. Du wärst auf jeden Fall full life gewesen. Ach, halt's Maul. Ach, halt's Maul jetzt. Ja, warum sind wir... Ach, wir haben Diablo wieder gefokust, ne? Ja. War ganz schön dämlich. Na, und wir haben einen Bot. Wer denn? Nubarak? Ne, Lunara. Ach, die hat die ganze Zeit die CC, seh ich hier. Und mit die ganze Zeit meine ich Letten zweimal. Geil. Natürlich kacke. Ich glaub, da krieg ich nix mehr. Ja, geh einfach Botty finden. Mach ich auch. Bin auf dem Weg. Okay, ich hab's geschafft. Danke. Ohne einzugreifen. Bin einfach präsent. Warte mit dem Blob, warte mit dem Blob, warte mit dem Blob, warte mit dem Blob, warte mit dem Blob. Nimm das Blob. Jo. Ja, ich geh auch mal hoch. Aber die Renner auch irgendwie alle einzeln. Warum ist Murky bitte 40 Sekunden? Warum ist... Ich glaub, wir leben noch. Hab ich so'n Gefühl. Ja, warum kann er so schnell laufen? Mach ich mich gerade auch. Ich kenn aber gesternos Attacken nicht. Ja, was. Dito. Ne, ich bin Gessler of Maine. Ja. Warum auch der Hass? Das ist gar kein Hass. Das ist Freundschaft. Ne, ich versteh's nur einfach nicht. Und deswegen dachte ich, ich mach's der Religion nach. Achso. Wenn ich was nicht verstehe, dann will ich da was hassen. Den Hass. Glücklich. Ja, so ist das nämlich. Oder Hass macht glücklich. Oder die machen den Hass. Die machen gerade übrigens Boss, ne? Ja. Achsatron hat schon wieder gelieft. Ja, die... Die machen... Ah, die Disconnect. Ja, da haben die den. Eat. Das heißt, der Viertel. Alter, die lief die ganze Zeit, ey. Was kann man mit solchen Disconnects mal ein Spiel beginnen? Das ist doch nicht normal. Ja, frag mal Philipp, ey. Ja, wie Philipp, ja. Ich bin noch nicht da. Oh, aber ihr gewinnt schon. Lena? Ja, das Problem ist... Oh shit. Ja, jawoll. Boah, die Benjis haben mich so gerettet. Ach shit, Alter. Geh weg. Ja, komm, erstmal hier den Boss machen. Ah ja, stimmt. Wirkt da Giantkiller eigentlich drauf? Ne, oder? Ne, leider nicht. Oder zumindest so, wie ich das weiß nicht. Nächstes Mal nochmal durch. Ich glaube, das geht... Ja, genau, gegen Helden war das. Ja, nur gegen Helden. Und wir haben es geläfft. Nice. Korrekt. War aber knapp, ey. Egal, wir haben schon mal Bottschreien relativ safe. Ja, ich gehe eben... Okay, ich muss mich nicht heilen. Drei Leute, sollten wir das oben schaffen können? Ja, es sind drei tot, also auf jeden Fall. Ich weiß nicht, soll ich Wiederbeleben nehmen oder... Machen wir Wiederbeleben. Eigentlich, ich bin selten nur gestorben. Ich nehme die bessere Ulti. Okay. Na, Dodge. Das ist cool, wenn Anuparkt das mal denken könnte. Ulti. Alter. Hattest du keine Ulti? Ne, ne, ne. Habe ich jetzt erst ab. Das Problem ist, der hat noch den alten Cooldown. Ja, stimmt. Oh, guck mal, die Jaina, die Jaina. Jaina. Die ist die ganze Zeit lowlife rumgelaufen. Hat alles getötet. Boah. Okay, das war echt knapp. Egal, Möki pusht gerade Mitte schon weiter. Ja. Aber der Möki spielt gut, muss man einfach mal sagen. Ja, der Möki, der macht schon seinen... Ich spiele dafür ganz schön scheiße. Was hat der noch da? Ja, der ist gerade nochmal reingegangen. Ja, aus Gründen in Sicherheit. Wie die Lunara. Na, slowt die eigentlich? Ne, ne? Doch, mit der W. Wenn ein Gift drauf ist und die dann die W einsetzt, kriegen die doppelten Giftschaden und die slowt. Oh, hat der noch sein Schild gehabt. Oh, geil. Und der Schlüpfle hat. Ah, schade. Die hat aber... Also, die Tyranti hat eine ganz schön krankste Ulti. Ja. Ja, ja, der Speedboost ist einfach mega geil. Ich frag mich, was der Möki gerade geskillt hat. Okay. Auf jeden Fall die 25% mehr Attack Speed. Basic Attack, die dann... Ah, okay, der spielt wirklich den kompletten Basic Attack bald. Hm. Wir haben ja schon zwei Force von denen angekratzt. Genau die wie die bei uns. Also, es ist ziemlich ausgeglichen gerade. Ja, es ist echt ein ziemlich even Game. Wow, hab ich gerade echt meine... Oh, scheiße. Was hast du gemacht? Ich hab aus Versehen meine... Okay, Diablo hat schon mal keine... Keine Stacks mehr. Au. Nice. What the fuck, Alter. Okay, nur Möki ist tot. Ja, ist ja egal, aber... Ja, das meine ich auch damit. Ach, ich meine... Egal, ich komm sogar langsam ans Stacks hier. Oh, da. Scheiße. Hammer, 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 Hammer. Sowas von, Alter. Da ist es... Okay, da ist es egal. Äh, hier willst du Healing Blobs? Ja, gerne. Nimm. Okay. Okay, direkt zu den Tempeln hoch. Ja, oben muss auch eigentlich das Camp noch gedepft werden. Wir machen echt zu wenig Camps. Ich dachte, ich geb dir noch eben... Okay, dann geb ich dir keine Kummer. Brauchst nicht. Hast grad ne Diablo-Ulti? Ja, ja. Okay, Dreieck, das ist echt ein bisschen viel. Ja, hast du ein bisschen übertrieben. Ja. Kann man bestimmt, wenn man Uta den ganzen Tag spielt, geht das. Kannst du top holen? Ja, ich hol top. Mindest so ein paar Schüsse schon mal holen. Weil, geil, unser Bot-Camp hat gerade Bot geholt. Das heißt, wir kriegen wir jetzt auch. Alter, das ist gut. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Wenn wir jetzt durch das Top-Camp nichts verlieren... Und Nutrient ist am Leben, also... Okay, die kann auch nicht wirklich engagen. Nee, aber die kann auch... Die Death Guard macht auch am meisten Ding, glaub ich, bei ihr. Ja, auf jeden Fall. Wobei, das könnte sogar sein, dass wir das gewinnen, das Game, ne? Wenn jetzt schon die Base von beiden angegriffen. Ja. Ja, deswegen. Wenn du das da oben hältst... Oh fuck, ich sterbe hier aber grad oben gegen die Viecher. Egal. Muss raus. Ja, wie denn? Ich hab doch grad die Lunara angepinkt. Ich hab noch nicht... Ich hab grad mal 80 Leben. Ja, deswegen. Hab ich ja Lunara ange... Ja, jetzt verlieren wir das... Jetzt... Ah, scheiße, Alter. Miese Sache. Murky probiert, die einfach so zu finishen. Komm doch mit, Lunara. Das könnte gut werden. Oh, aber ne, äh... Geslo verteidigt mit Diablo. Ach, kacke, jetzt haben die durch Wisseberg. Shit, Alter. Das war echt schlecht, wir hätten das gewonnen. Ja. Aber die müssen jetzt grad auch... Debaten hier einfach. Ja, da kam die Eule. Da kam die Eule. Die Murky steht da auch perfekt. Nice. Okay, jetzt geht's los. Da kommt Diablo jetzt gleich... Jaina hinten, Jaina hinten, Jaina. Jaina ist tot. Fuck, ich hab meine Ulti nicht auf mich karzen können. Egal. Ich bin auf jeden Fall da, also ich kann ordentlich heilen und ich mach's auch gerade. Korrekte Sache. So, ja, auch grad meine Banshees noch auf den. Ah, so, Stand, Tod. Ja, finish einfach straight. Ihr braucht den Boss nicht machen. Ach, das kämpfe nicht mit dem Boss dann gleich. Ja, okay. Mach jetzt einfach den Boss, weil es ist einfach... Es zeigt einfach, was wir können. Ja, auf jeden Fall. Und wir brauchen den... Das Game... In dem Game haben wir auch wirklich überragend gespielt. Und wir brauchen den Healing Gob. Ja, Mann. Ne, ich bin nicht da. Ihr braucht den gar nicht. Doch. Wir brauchen den. Weil jetzt seid ihr alle tot und könnt nicht mitfinishen. Was? Was? Nein. Ach, guck mal. Ich glaub, wir beenden das schon vor dem... ...vor der Boss da ist. Ja, spätestens mit dem Schrein unten. Ach, es war echt ein guter Fight. Auch wenn ich die Ulti nicht gut gesetzt hab. Also gar nicht. Das ist nicht gut. Ah. Brauchen wir ja nicht. Wir sind ja schon ohne dich gut. Ja, richtig. Richtig. Da war ja was. Zum Glück haben wir den Boss gemacht. Ja, das war auf jeden Fall worth it. Ja, ja. Das war gut. War nur so Sicherheits... Das war so das Bäcker. Ja, genau. Das war wegen der Sicherheit, ne? Das war ja die Sicherheit. Ah, ich mag die Schneemänner. Das ist so Badmänner alles, ne? Das ist so krass. Ja. Richtig unsportlich. Ja, Mann. Nicht nur unsportlich. Unfreundlich. Ja. Das muss was heißen. Ungehalten. Alter. Alter, ungehalten. Und ungehalten. Alter. Das ist wie ungespielt. Nein. Ach. Okay. Okay. Ja, das war's für diese Folge. Wenn's euch gefallen hat, schaut nächstes Mal wieder rein. Tschüss. Und sonst nicht. Ciao. 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 schnack.